Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Castle Clash Video. Heute überarbeiten wir tatsächlich, äh heute machen wir endlich mal was anderes, also nur Boxen öffnen und sowas. Heute wollte ich tatsächlich mal meine Teams ein kleines bisschen überarbeiten. Noch nicht vollständig, weil meine Helden, die ich jetzt einsetzen werde, sind noch nicht vollständig gepusht. Das heißt, ich werde auf jeden Fall was ändern. Aber ich würde sie zumindest mal reinsetzen und ausprobieren. Also, welches meiner Teams ist am erfolgreichsten? Das ist tatsächlich dieses Team hier, mein Bogeyman Team. Das ist, äh, also man sieht jetzt hier keine Win Rates, aber ich sag mal, das gewinnt in, ja schon mindestens 65% aller Fälle. Also ein sehr gutes Team. Ähm, also natürlich gegen Lawanica Teams, teilweise für dich natürlich trotzdem, das ist klar. Aber ich sag jetzt mal, gegen jedes Team, wo eigentlich kein Lawanica drin ist, gewinne ich eigentlich in der Regel. Ähm, das ist nur selten, dass ich dann trotzdem noch verliere. Dieses Team hier ist nicht so gut, was mich immer gewundert hat, weil ganz ehrlich, ich finde eigentlich nicht, dass es schlecht ist. Man hat fette Power, also man hat erstmal so ein bisschen One-Shot-Power durch Trixie Treat, obwohl es natürlich relativ wenig Schaden macht, also die One-Shot hat eigentlich niemanden. Aber man hat halt drei Instant-Procks mit, äh, Sasquatch, ähm, Raijin und Trixie Treat, weil alle drei Fünfer erquicken haben. Also die, die greifen sofort an. Das heißt, es kommt ein doppelter Stun und einfach nur dreifacher Schaden plus zusätzlich hier noch Mahatma. Dann ist aber das Problem, ein großer Negativ-Faktor ist hier unsere Ganzlingerin, unsere... ich hab, ich kenn die deutschen Namen teilweise nicht mal. Ähm, aber ja, äh, die ist ein großes Problem, die macht nämlich eigentlich einfach gar nichts. Sicherlich reduziert sie die Energie von manchen Gegnern, äh, und macht natürlich auch Schaden, aber es ist einfach viel zu wenig und deswegen dachte ich mir, es ist im Endeffekt mein schwächstes Team, also warum dann nicht meinen stärksten Helden einsetzen? Muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich kann natürlich noch nicht sagen, ob das so gut funktioniert. Also wie gesagt, das ist nicht endgültig, also ich werde wahrscheinlich nochmal was ändern. Genau, aber so gefällt es mir jetzt auf jeden Fall deutlich besser. Also jetzt will ich es definitiv nochmal weiter ausprobieren, bevor ich noch was anderes verändere. Genau, bei dem Team, wie gesagt, will ich jetzt erstmal nichts ändern, weil es eigentlich funktioniert, also lasse ich's. Und hier ist natürlich noch... Eieieiei, was sieht man hier? Medusa und fucking Dreadrake. Ist das mein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Genau. Da weiß ich jetzt aber gar nicht, ob ein Replacement so gut funktionieren wird, weil also ich will auf jeden Fall, wen ich noch benutzen will, der ist jetzt aber sehr schwach noch, ist mein Asura, der hat auch noch kein Talent tatsächlich. Müssten wir ihm noch was rollen. Da könnten wir eigentlich gleich mal kurz... Asura, Kasse, Clash, Talent... Mache ich gleich mal die Website auf hier. Es gibt ja auf der Website immer Fanmade die besten Talente, sag ich mal. Und zwar... Hier. Genau. Die meisten haben unheiliger Pakt überleben tatsächlich. What? Ah ne, Schwachsinn, das ist ja heiliges Licht. Nevermind. Unheiliger Pakt, regenerieren und über... äh, heiliges Licht. Okay. Also im Endeffekt unheiliger Pakt. Wobei, Stärken haben auch noch einige, Bollwerk haben einige, Kriegsgott haben ein paar. Ja gut, okay, also im Endeffekt Schaden. Ja, das ist ein Damage-Dealer, er soll Schaden machen und genau dafür soll er hier auch stehen. Warum ich jetzt Dreadrack raus tue, ist ganz einfach aus dem Grund, ich hab hier eh schon Medusa drin und es ist zwar ein Unterschied, Medusa und Dreadrack, die machen nicht das gleiche, aber vom Prinzip her eigentlich schon und deswegen will ich das auf jeden Fall ändern, ja, weil das Team hier, es sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht und so schwach aus, aber im Endeffekt ist es sehr schwach, weil Medusa macht fast keinen Schaden, Anubis macht fast keinen Schaden, Gule macht überhaupt keinen Schaden quasi und gut, okay, dann hab ich noch die Duff, aber bis die mal ins Rollen kommt, dass die irgendwie anfängt, mal Helden zu one-shotten, sind alle anderen Helden tot und ist sie alleine gegen fünf Gegner und, naja, alleine gegen fünf Gegner kann sie gar nichts machen. Im Normalfall. Also vielleicht überlebt sie, aber du musst ja alle Gegner töten, um den Kampf zu gewinnen. Genau, aber gut, dann haben wir das geklärt und dann müssten wir hier nur noch ein unheiliger Pakt, ich brauche eh noch eins für meine, das brauche ich auch für meine Hüterin. Wo sind sie denn? 93 Level 5 Talentrund. Dann gucken wir mal. Was wir mal so kriegen. Fünf von, oh, das ist tatsächlich sehr gut, das kann ich mir mal Asura ist zweites Talent geben, tatsächlich. Weil, oder ne, ich glaube, der hat sogar schon eins. Ah, der hat schon einen 4 von 9 erleuchten. Naja, gut, im Endeffekt spielt es keine Rolle mehr, weil mittlerweile kriegt man so viele Bücher, das ist eigentlich vollkommen egal. Also wenn du wirklich willst, kannst du nicht jeden Helden pushen. Das ist eigentlich kein Problem. Aber egal, lassen wir es jetzt einfach mal. So, dann weiter. Na, nicht Talent Rerollkarte, ich will doch die Dinger benutzen. Schwächen 5 von 9, das brauchen wir nicht, direkt weiter rollen. noch einen 5 von 9 erleuchten. Und gebe ich es jetzt einfach mal, für die habe ich ein Skin, dann kann ich es der geben. Ah, perfekt, ja. Das spielt eigentlich keine Rolle. Aber ich will es nicht ganz verschwenden, die ganzen Dinger. Ich meine, die Level 5 Talentruhen, ich meine, sie sind nicht schlecht, aber haben natürlich deutlich an Wertigkeit verloren mittlerweile, weil man sie fast schon hinterhergeschmissen bekommt. Aber deswegen will man ja trotzdem die relativ guten Talente jetzt nicht einfach so verschwenden. genau, jetzt muss ich nur mal gucken. 5 von 9 und 5 von 5 erquicken. Das Problem ist, als Talent bin ich halt immer noch kein so großer Fan von. Also wenn, dann würde ich es auf jeden Fall einem Helden geben, der, der einen Skin hat. Warum eigentlich nicht Minnow? Warum, warum eigentlich nicht? Also auf definitiven Held, mit dem man es benutzen kann? Ja doch, warum eigentlich nicht, ne? Passt. Also als zweites Talent kein Fehler und wenn es doch ein Fehler ist, kann man es ja wieder ändern. Also ist ja nicht schlimm. Achso, ja. Was mache ich denn hier? Zack, Wechsel. So, weiter. 5 von 9 Verurteilung, da rollen wir drüber. Gunst des Berserkers. Naja, von diesem Gunst des Blabablas bin ich jetzt kein... Was bringt Heiliges Licht nochmal? Maximale HP und verringert den Schaden. Das haben relativ viele Leute. Also es haben, die meisten haben unheiliger Pakt, 200, aber Heiliges Licht haben auch 90 Leute gewählt auf der Website. Ich meine natürlich, das ist jetzt nur die Website, also da sollte man sich auch nicht 100% drauf verlassen. Aber naja, ich meine, es sind trotzdem 200 Leute, beziehungsweise fast 300 Leute, die abgestimmt haben, also ignorieren sollte man es nicht. Ich wäre natürlich auch für Schaden gewesen, also das wusste ich auch, dass es Sura für ein Damage ist. Aber ich habe auch schon davon gehört, wie gesagt, dass man den ein bisschen auf Tank macht. Bei Regenerieren? Regenerieren? Ja. Ja, aber das ist jetzt, naja, so Gunst des Berserkers, das ist... Also ich könnte es dem hier geben, weil... Ja, das, was er davor hatte, macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, aber... Ja, es ist... Es ist... Vollkommen egal eigentlich. Berserker juckt auch nicht mehr. Wobei hat man einen Phantomkönig? Der dürfte auch ein Erquicken haben. Ne, der hat eine Streuung. Phantomkönig? Phantomkönig? Bin ich jetzt bescheuert? Hä? Wo ist mein Phantomkönig? Alter, wo ist mein Phantomkönig? Habe ich keinen Phantomkönig? Das ist unmöglich. Ey, ich habe tausendprozentig einen. Phantomkönig. Wahrscheinlich habe ich ihn dann einfach noch nicht gesehen. Ja, da ist er doch. Ja, wo ist er denn? Zeig dich halt, du Arsch. Entschuldigung für die Wortwahl. Phantomkönig? Ey, ich bin zu blöd. Das gibt es ja nicht. Jetzt mal ohne Spaß. Wo ist der? Ach, wegen dem Scheiß-Skin habe ich ihn. Ach, dieser Skin, der hat mich verwirrt des Todes. Ich gebe es mal dem Phantomkönig, der hat eine 8er Streuung, aber eine 8er Berserker oder eine 9er kann man ja auch mal nutzen. Ach, Entschuldigung, jetzt echt, aber ich, ich habe es, ich habe ihn, ich habe nach dem Orange gesucht, Orange-Schwarz mäßig. Entschuldigung. Wiederbeleben. Jetzt könnte ich meinem Labanik, ah, ich habe keinen 2-Talent für ihn, aber mal. Schon wieder 5 von 9er leuchten. Habe ich jemanden mit Skin, der noch nicht Devo ist und noch nicht 2 Talente hat? Ja, Bogeyman, haben wir einen Skin bekommen heute. Ah, können wir noch einen lösen. Einmal vom Event umgetauscht. Zack, und schon kann er leuchten kriegen. Nein, muss ich immer auf 200 pushen, weil der hält eigentlich übelst, krass ist. Yay, whoo, hoppla, hoppla, wäre jetzt lustig, wenn ich das, also, jetzt, ach, kennt ihr das, wenn man schnell machen will und dann blockiert man sich nur selber und im Endeffekt dauert alles 10 mal so lang. Ach, hat sogar eine Quickung bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber unheiliger Pakt, also ich weiß nicht, was mit diesem Talent los ist, also es ist mit Abstand das seltenste Talent, was es jemals gegeben hat. Ich glaube, meine Mahatma hat tatsächlich einen Bolwerger. Ne, jetzt nicht. Gebe ich ja aber. Bolwerger ist zweites Talent auf Mahatma, das ist, glaube ich, ziemlich gut. Also kann man definitiv mal benutzen. Schwerer Schlag, Ruhe, Gewalt, brauche ich jetzt auch nicht. Tödlicher Treffer brauche ich nicht. Schwächen brauche ich nicht. Selbstzerstörung brauche ich nicht. Schwerer Schlag brauche ich nicht. Es gibt es ja nicht, wenn ich will, doch einfach, ich habe noch nie in meinem Leben ein 5er, 9er, unheiliger, ja doch, ein 5er, unheiliger Pakt gerollt. Wie kann das überhaupt sein? Erstmal ohne Spaß, wie ist das überhaupt möglich? Er ist ja wirklich, macht auf der Spirit einen erquicken Sinn? Ja, so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Besser ist es wegzuschmeißen. Auf Affin, oh, ich hätte auch die Idee auf Affin wäre es gut. verdammt. Mist, beim nächsten Mal. Na ja, bei 73 Stück ist glaube ich die Wahrscheinlichkeit, oh, das ist das neueste Talent, oder soll ich mir noch nicht mal durchgelesen? Ach, komm jetzt, hier. Talent, äh, klingend an, erhöht ausweichen um 8%, beziehungsweise, beziehungsweise, oh, hä? Das bleibt immer bei 8%? Okay. Wird ausweichen um 8%, wenn Held ausweicht, erhält er 150% mehr Angriff für 2 Sekunden und steht 50% Max-LP wieder her. deswegen bleibt es bei 8%, sonst wäre es ein bisschen stark. Puh. Hm. Klingentanz erhöht ausweichend um 8% und erhöht dann den Schaden immens, wenn man ausweicht. Hier habe ich halt schon Ausweichen auf Labanica, das habe ich auch schon auf 9 von 9, das will ich jetzt nicht mehr, also, ich kann es ihm leider nicht als zweites Talent geben, aber Ausweichen, das muss ein Held sein, der, naja, der viel aushält, weil wenn er sofort tot ist, dann kann er, das bringt ihm nur 8% Ausweichen, der muss ja viele Schläge überleben. Also mir würde da jetzt eigentlich tatsächlich nur Duffkeeperin einfallen. Hm. Als zweites Talent vielleicht, was hatten die als zweites Talent? Gar nichts wahrscheinlich. Ich hatte nicht mal erst Talent. Ja, ich meine, sie macht es schon Sinn, weil sie ist eigentlich der einzige Held, der wirklich, der kann nicht gewandt, also sie kann nicht einfach so sterben eigentlich, also außer es gehen 6 sau stark gelten auf sie drauf. Ich meine, sie ist natürlich auch ziemlich schnell tot, aber ansonsten, sie stirbt halt einfach nicht, das heißt, die Ausweichchance ist hier am größten. 8% ist allerdings nicht viel, also da müsste man definitiv dann entsprechend bei den Tweets hier auch auf Ausweichen gehen. Sonst macht das nicht sehr viel Sinn, schätze ich mal, weil 8% ist ja gar nichts. Also bei Wendigkeit, wie gesagt, kriegt man 25%. Das ist mehr als das Dreifache, also das ist schon eher was. Ja, ohne Witz, ich gebe es hier direkt, also normalerweise hätte ich jetzt gesagt, komm, ich warte ab, was ihr noch sagt, aber nee, ganz ehrlich, ich gebe es hier jetzt mal. Ich werde es aber noch nicht auf, ich werde es da mal ausprobieren, ob das gut ist oder nicht. Wenn wir noch ein bisschen rollen, jetzt kommt noch ein Bollwerk, Sasquatch hat glaube ich, ach nee, Sasquatch hat ja ein Bollwerk, ne. Mac Tessa hat die ein Bollwerk? Nee. Dann gebe ich es jetzt mal der. Es waren jetzt 23, wir haben jetzt zum dritten oder vierten Mal Berserker bekommen, wir haben 23 Level 5 Talent Chests benutzt. Jetzt kommt Kriegsguards, na gut, das können wir mal Shura geben, erst mal, aber eigentlich ist es nicht so gut, also die meisten Leute wollen keinen Kriegsgott auf ihm, also es ist eigentlich ziemlich wasted. Naja, was ist eigentlich auf, geben wir es Donnergott. Geben wir es Donnergott. 5 von 9,5 langsamen. Noch ein Berserker. Wie lange ist das Video? 15 Minuten. Noch ein Kriegsgott, ey. Äh, manchmal ist das Spiel schon. Was hat denn meine Affin, wo ist die überhaupt, die alte, aber mit den Skins, das ist so kompliziert, ey. Tödlicher Treffer hat sie, unten erleuchten, also erleuchten braucht sie nicht, sie ist 200 Devo, also für Durchbruchslevel okay, aber, hm, warum habe ich ihr noch mal tödlicher Treffer gegeben? Weiß ich nicht mehr, deswegen ersetze ich es jetzt einfach mal. Sollten wir noch einen Erquicken kriegen, kriegt sie es auch. Also wenn ich so weitermache, hat jeder meiner Helden, eben jeder meiner Helden perfekte Talente, also erstes und zweitalente, und ich habe aber einfach Helden, die dann gar kein Talent haben. Das kann ja nicht wahr sein, was ist bitte unheiliger Pakt für ein seltenes Talent? Also ohne Spaß, also, ich finde es halt einfach unfair, weil was soll denn das, warum rolle ich viermal Berserker, oder drei, jetzt dreimal Kriegsgott, Kriegsgott, dreimal Kriegsgott in zehn Versuchen, oder so, was soll denn das, was ist das für eine, warum macht man sowas? Also ich verstehe das halt einfach nicht. Hier habe ich leider keinen Skin, hat Spirit Mage überhaupt einen Skin? Ich weiß es nicht. Wem könnte man das geben? Die hat glaube ich schon, ne, die hat keins, aber die macht auch nur Sinn, wenn sie instant progt, mit dann das second Talent, Kriegsgott, Rowdy Rask ist, da finde ich Streuung ist eigentlich auch ein ziemlich schlechtes Talent auf dem. Geben wir es mal dem. Wow, jetzt habe ich instant ein neues Talent gerollt. So, jetzt noch einmal bis zum nächsten guten Talent und dann höre ich auf. Weil da kriegst du richtig Aggressionen, schon wieder tödlicher Treffer. Ja, Berserker, genau, genau. Super, Steinhaut, genau, Himmelszorn hat man auch schon dreimal. Wiederbeleben hat man auch schon. Wendigkeit, okay, zugegeben, das hatten wir noch nicht. Aber das ist, das ist kein Talent, was man wirklich benutzen kann, finde ich, weil, fast kein Held braucht eigentlich so viel Energie, weil die meisten haben wir eh Cooldowns. Naja, na, kein Fan, kein Fan. Ich gebe es jetzt mal dem Zerstörer. Ne, wer war das gerade? McTess, äh, Professorin Quark, genau. Na, dann hören wir jetzt auf, also 42 Talent drohen und quasi nichts bekommen, also, ja, sehr frustrierend, aber egal, kann man nichts machen. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr so auf Asura für ein Talent benutzen würdet. Also ich bin jetzt, also ich würde auch, glaube ich, unheiliger Pakt benutzen. Regenerieren, jetzt lasst mich nochmal kurz durchlesen, was Regenerieren nochmal genau macht. Ich habe es auf meinem Michael, äh, nicht regenerieren, vitaler Segen ist es ja. 80 LP und 50 Prozent, ah, deswegen. Ah, True, stimmt, weil Asuras Fähigkeit mehrere Helden trifft, ne? Oh ja, never mind. Und das haben nur wie viele? Nur 30 Leute? Oh, ist ja auch komisch. Das ist eigentlich schon nicht schlecht. Fügt bis zu 4 Nan, ja genau, und seine Fähigkeit genau jede Sekunde, genau, deswegen. damit debuffst du das komplette Gegner. Naja doch, das ist, und das haben aber nur so wenig Leute, warum? Das ist ja eigentlich voll, das ist ja eigentlich voll der Geheimtipp. Also, ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr machen würdet, oder was ihr auf eurem Schilder habt. Würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall macht's gut rein, bis zum nächsten Mal, dann muss ich uns entscheiden und ciao, ciao.